Data Researches Prof. Dr. Boris Otto ist Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik und Professor für Industrielles Informationsmanagement an der Technischen Universität Dortmund. Am Fraunhofer ISST forschen er und seine Kolleginnen und Kollegen an digitalen Ökosystemen für die Logistik, die Datenwirtschaft und das Gesundheitswesen. In seinem Data Researches-Vlog beleuchtet Prof. Otto aktuelle Digitalisierungsthemen. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir haben das Jahr 2022 und das ist ein ganz entscheidendes, weil wir nämlich Datenräume jetzt implementieren, weil eine unglaubliche Dynamik entfacht wurde in Bezug auf das Data Sharing, das Datenteilen in Datenräumen. Und das möchte ich noch mal zum Anlass nehmen, ein wenig zu reflektieren, was eigentlich genau die Ergebnisse sind der IDS Association, der International Data Spaces Association. Denn die International Data Spaces Association hat sich zum Ziel gesetzt, einen Standard zu schaffen für Datensouveränität in Datenräumen und ist aber eine Non-for-Profit-Organisation. Also das ist eben keine Organisation, die ein kommerzielles Produkt anbietet oder einen Software-Service anbietet, den man konsumieren und buchen kann. Und insofern begegnen uns auch häufig die Fragen, naja, was ist denn eigentlich, was ich von der IDS Association bekommen kann? Und da möchte ich ganz gerne auf die drei wesentlichen Ergebnisbausteine, so möchte ich mal sagen, eingehen, auf das magische Dreieck, wie wir das auch manchmal nennen, dessen, was denn die IDS Association tatsächlich halt für Unternehmen halt liefert. Und das ist zum einen die Specification, also die Beschreibung und Spezifikation der Software-Architektur, die nötig ist, um Datenräume halt zum Fliegen zu bringen. Und die Software-Architektur der International Data Spaces ist einerseits beschrieben in dem sogenannten Referenz-Architektur-Modell, das sogenannte RAM. Das ist zurzeit in der Version 3 verfügbar und die Version 4 wird in diesem Jahr voraussichtlich zur Hannover-Messe erscheinen. Und auf der anderen Seite sind es aber Specifications, also technische Spezifikationen, wie die einzelnen Komponenten dieser Software-Architektur umgesetzt werden können. Und diese Spezifikationen sind auf dem IDSG, also auf einem Teil der Open-Source-Repositories der International Data Spaces Association of GitHub verfügbar. Also Specifications sind auf IDSG. Während die Spezifikation, also die Beschreibung, wie so eine Architektur funktioniert, der erste Teil des Dreiecks sind, die erste Ecke des Dreiecks, bildet die Open-Source-Community, die Open-Source-Repositories eigentlich die zweite Ecke. Und ich hatte es schon gesagt, die IDS Association hat auf GitHub ein Repository eingerichtet, wo die Komponenten halt weiterentwickelt werden und wo letzten Endes auch jeder eingeladen ist, sich daran zu beteiligen. Darüber hinaus konzentriert sich halt die IDS Association tatsächlich auf die wesentlichen Dinge und ist deshalb sehr froh, dass auch andere Projekte, die außerhalb der IDS Association laufen, die IDS-Referenzarchitektur implementieren und damit einen Beitrag leisten zu IDS-konformen Datenräumen. Hier ist beispielsweise zu nennen das Eclipse Dataspace Connector-Projekt, was vorangetrieben wird, auch unter Beteiligung von Fraunhofer ISST und anderen Fraunhofer-Instituten, aber auch großen Partnern aus der Industrie, was eben dazu führt, dass wir unter Nutzung aller Vorteile der Eclipse Foundation effektiv und effizient in einem offenen Prozess die Connector-Komponente für Datenräume halt entwickeln können. Also die Open-Source-Community ist der zweite wesentliche Ergebnisbereich der IDS Association. Der dritte ist die Zertifizierung, denn es reicht eben nicht, dass wir auf der einen Seite halt die Dinge beschreiben, wie sie funktionieren und dann auch noch Software-Code dafür ermöglichen und selber vorantreiben, sondern da ja dieser Software-Code von allen aufgegriffen werden kann, müssen wir uns auch um Verfahren, um Mechanismen kümmern, um sicherzustellen, dass jemand, der behauptet, IDS-konform zu sein, das auch wirklich ist. Und insofern haben wir ein Zertifizierungs- und man könnte auch sagen Compliance-Testing-Verfahren aufgesetzt und haben tatsächlich jetzt vor Weihnachten letzten Jahres halt das IDS-Testbett veröffentlicht, was auch auf GitHub verfügbar ist. Also insofern schließt sich mit der Zertifizierung und dem Compliance-Testing dann dieses Dreieck. Das sind die wesentlichen Ergebnisse, die die IDS Association liefert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, what is in for me? Wenn ich ein Anbieter bin, ein Service-Anbieter oder Technologie-Anbieter, kann ich eben einerseits mich beteiligen bei der Entwicklung der Open-Source-Komponenten, aber auch letzten Endes halt der Referenz-Architektur und eben halt auch am Zertifizierungsprozess und kann damit letzten Endes halt meine Angebote, meine Software- und Service-Angebote anreichern, um Datensouveränitätskomponenten und kann mich dadurch durchaus vom Wettbewerb differenzieren und kann eben halt Kundenanforderungen gerecht werden. Darüber hinaus habe ich als Anbieter auch die Möglichkeit, meine Komponenten halt zu zertifizieren und damit tatsächlich einen Nachweis auch zu haben, dass meine Dienste, meine Software-Komponenten den Anforderungen der IDS-Spezifikation genügen. Wenn ich ein Anwender bin, habe ich auf der einen Seite die Möglichkeit, meine Anforderungen beizutragen, beispielsweise an die Referenz-Architektur. Also ich kann also mitbestimmen, wie Datensouveränität oder im allgemeineren Kontext Data Governance in Datenräumen halt tatsächlich dann umgesetzt wird und muss nicht damit leben, dass mir das vielleicht von einzelnen Anbietern aufoktroyiert wird. Also ich habe eine Gestaltungsoption. Deshalb sind ja auch viele Anwenderunternehmen Mitglied in der IDS-Association. Und ich kann auf der anderen Seite diese Konzepte, sowohl die Spezifikationen, auch die Open-Source-Komponenten und das Zertifizierungskonzept nutzen, um meinen Anbietern, mit denen ich schon lange zusammenarbeite, zu sagen, dass sie diese Dinge bitte in ihrem Angebot halt implementieren. Das Fraunhofer ISST ist federführend mit aktiv in all diesen Bereichen. Fraunhofer ist ja als Fraunhofer-Gesellschaft auch Mitglied und Gründungsmitglied der IDS-Association. Und wir sehen es als unsere Mission an, dieses Dreieck zum Leben zu erwecken und damit eben halt sowohl den Serviceanbietern als eben halt auch den Anwenderunternehmen zu helfen, Datensouveränität in Datenräumen halt zu erreichen. Dieses Konzept mit dem Dreieck ist auch ähnlich bei Initiativen wie GaiaX, mit der ja die IDS-Association sehr eng kooperiert und eben halt auch in enger Zusammenarbeit sich befindet, um halt Architekturfragen, Zertifizierungsfragen auch möglichst anzugleichen. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass wir letztes Jahr in der Lage waren, die sogenannte Data Space Business Alliance zu gründen, die sich eben zusammensetzt aus einerseits der GaiaX-Association, andererseits der IDS-Association, aber auch der Big Data Value Association und Fireware. So haben wir in Europa die führenden Data Associations, wenn ich das mal so sagen darf, unter ein Dach bekommen, eine virtuelle Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Datensouveränität, Cloud-Souveränität in Datenräumen aus einem Guss anbieten zu können. Und das ist eine spannende Sache. Und wie ich eingangs sagte, 2022 wird ein ganz tolles Jahr, weil wir eben sehen, dass sehr viele Datenrauminitiativen gestartet sind und auch schon implementiert sind und diese Konzepte halt nutzen zum Wohle der Datensouveränität von Unternehmen, aber eben am Ende auch von uns Einzelnen. Und das ist ein sehr, sehr besonderes Jahr. Vielen Dank.